hallo in diesem video nur ganz kurz gezeigt wie sie sich unter windows 8 anmelden können ohne auf die metrooberfläche zu kommen sondern direkt durchgestellt werden zu dem ganz normalen windows desktop zum explorer und zwar ohne irgendwelche externen tools hier noch mal der vorherstand ich logge mich jetzt hier also erst mal ein und lande am ende natürlich auf der metrooberfläche dazu gehen wir zuerst weiter ganz normal auf den desktop drücken dann windows taste und er dann bekommen nämlich den ausführen dialog da tippen wir ein regedit punkt exe das hier müssen wir nötigenfalls bestätigen danach weiter zu h key local machine software microsoft windows nt current version win logon hier suchen wir uns den eintrag shell heraus da steht nämlich derzeit nur explorer exe da machen wir einfach ein doppelklick drauf und hinter explorer punkt exe freizeichen slash select comma explorer punkt exe das war es dann auch schon machen wir also wieder den test indem wir den rechner neu starten loggen wir uns also wieder ein müssen wir jetzt direkt durch wandern zu unserem desktop und direkt mit dem offenen explorer ok dort und und die